Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Momentan traden wir bei ungefähr 18.800 US-Dollar. Wir haben nochmal einen ordentlichen Pump sogar über die 19.000 US-Dollar gesehen. Das war der Grund, warum ich gestern gesagt habe, wir machen keine Short-Positionen auf. Wir haben einfach keinen Widerstand dazwischen. Wie es jetzt heute weitergeht, werden wir uns jetzt auf jeden Fall im Video anschauen. Plane ich vielleicht neue Short-Positionen. All das werden wir jetzt besprechen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich kommt gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe rein. So, ja, damit genug Eigenwerbung gemacht. Wie gesagt, momentan 18.800 US-Dollar. Wir haben einen Pump bis ungefähr 19.130 US-Dollar bekommen. Wir sind nicht ganz ans Golden Pocket und an die Ineffizienz gekommen. Ihr seht schon, ich bin hier schon ein bisschen am Planen für eine mögliche Short-Position. Das Risk ist mir aber hier ehrlich gesagt noch ein bisschen zu hoch. Ich warte jetzt einfach noch ein bisschen den Tag ab. Außerdem hatten wir gestern nochmal sehr, sehr hohes Volumen. Das sehen wir hier auf dem 1-Stunden-Chart. Seht ihr hier diese Volumen-Candles. Klar, die wurden jetzt hier schon wieder abgearbeitet mit dem höheren Hoch. Trotzdem, das Volumen ist mir momentan für einen Short einfach noch deutlich, deutlich zu hoch. Außerdem haben wir gestern darüber gesprochen, hier die Ineffizienz, die wird auf jeden Fall noch gefüllt. Die wurde jetzt fast auf den Dollar genau gefüllt. Wir haben aber, wie gesagt, noch ein bisschen Luft bis zum Golden Pocket noch knapp. Vom jetzigen Stand 400 Dollar. Deswegen, ein höheres Hoch am heutigen Tag ist nicht ein bisschen verkehrt. Deswegen warten wir hier auf jeden Fall nochmal ab. Ich habe gestern schon in die Telegram-Gruppe dazu geschrieben. Ich habe jetzt alle Positionen geschlossen. Das heißt, der BTC von 16.490 ist zu und der Ethereum von 1.153 ist jetzt auch mal zu. Ich glaube, der war mit einem Dreierhebel 75 oder 80 Prozent im Plus. Zwar nur noch 25 Prozent da oben, aber trotzdem Gewinne nimmt man mit. Wenn ihr auch keine Trades mehr verpassen wollt, kommt gerne in die kostenlose Telegram-Signalgruppe. Das ist die hier. Und natürlich jederzeit Updates auch hier in der kostenlosen Talk-Gruppe auch noch. Also gerne da rein joinen. Ansonsten zurück zu den Charts. Wie gesagt, Ineffizienz. Für mich jetzt das erste Ziel ist weiterhin das Golden Pocket. Hier oben die 19.230 US-Dollar. Hier haben wir die Ineffizienz. Hier liegt das Golden Pocket. Stop-Loss tue ich mir, wie gesagt, noch ein bisschen schwer. Denn hier oben ist der FTX-Brick. Der liegt bei 20.600 US-Dollar. FTX-Brick war der Punkt, wo es dann hieß, Binance übernimmt FTX erst. Und plötzlich wurden alle racked und es ging doch wieder in die Hose. Und der liegt hier oben bei den 20.700 US-Dollar knapp. Da oben haben wir auch noch eine kleine Supply-Zone. Plus wir haben halt eben noch diesen WIG mit sehr, sehr viel Volumen. Und deswegen tue ich mir momentan ein bisschen schwer, ob wir hier vielleicht zwei Trades einfach draus machen. Einerseits den Golden Pocket Trade, der ganz gut passen würde aufgrund des Errors. Ein mit der riesigen Bearish Divergence. Andererseits wegen dem Volumen, was hier oben eben drin liegt. Und dann noch den zweiten Trade. Vielleicht erst hier oben in die Region um 20.000 US-Dollar mit einem Stop-Loss bei ungefähr 20.900 US-Dollar. Das sind jetzt momentan die Ziele, die ich meines Erachtens nach als nächstes kommen sehe. Es heißt aber noch nicht, dass wir den Bärenmarkt damit überwunden haben. Wir haben jetzt jegliche Ineffizienzen rausgenommen. Der FTX-Brick steht noch im Weg. Plus das letzte hoch bei 21.500 US-Dollar. Aber blicken wir mal ganz kurz auf den Daily-Timeframe. Da sehen wir auch, okay, Volumen bei Bybit deutlich angestiegen. Wenn ihr das aber jetzt mal vergleicht mit dem Binance-Chart, ist da deutlich, deutlich mehr Volumen. Also ich habe ja gestern schon drüber gesagt, okay, Volumen hat mir nicht gefallen. Jetzt gefällt es mir richtig und zwar bei Binance. Da blicken wir auch mal ganz kurz drauf, damit ich euch hier keinen Müller zähle. Da seht ihr das, okay, das Volumen deutlich, deutlich höher. Die letzten Tage, wir sind hier wieder auf dem Niveau vor diesem ganzen Abverkauf und so. Also in dieser Seitwärtsphase. Schönes Breakout, das wollten wir sehen. Damit wieder zurück. Und außerdem sind wir jetzt aus unserem riesigen Falling-Vedge ausgebrochen. Ist das jetzt natürlich das Zeichen, dass wir einen Bullrun gestartet haben? Für mich noch nicht. Wir haben eine 200er SMA auf dem Tageschart hier oben noch bei den 19.500 US-Dollar. Also auch im Golden-Pocket-Bereich. Dann Weekly, 21er EMA liegt auch hier und das Golden-Pocket. Also das ist erstmal so Endgegner. Und danach geht es darum, wir müssen auf jeden Fall ein höheres Hoch bei den 21.500 US-Dollar starten. Kriegen wir das hin, mit einem Daily Close, besser wäre sogar ein Weekly Close, dann für mich erstmal vorläufig Boden erreicht. Und wir könnten Richtung 30.000 und den nächsten Ineffizienzen hier oben gehen. Schaffen wir es nicht, rechne ich nochmal mit einer Korrektur, zumindest in dem Bereich der 17.300 bis 17.600 US-Dollar. Dafür blicken wir nochmal ganz kurz in die kleineren Timeframes, machen unseren Traders-Reality-Indikator an. Und dann seht ihr auch, was ich meine. Wir haben hier noch eine Menge Vector-Candles, die ungefähr bis 17.400, 17.300 US-Dollar gehen. Also die Zonen werden es meines Erachtens nach hier unten entscheiden, plus eine 4-Stunden-Demand. Wir könnten diesen ganzen Aufkauf, den wir jetzt die letzten Tage hatten, wieder zunichte machen. Die ganzen Longs hier unten wieder killen, ein bisschen konsolidieren und dann mit neuem Schwung einfach wieder, sag ich mal, einen neuen Durchbruch nach oben hin starten. Es sieht nicht schlecht aus, Inflationszahlen waren wie erwartet, also die Inflation geht deutlich zurück wieder. Aber trotzdem weiterhin vorsichtig, Golden Pocket wäre der erste Hit. Dann die Reaktion nach unten zu den 17.300 bis 17.600 Saison, momentan der erste Fahrplan. Und dann neuer Versuch, vielleicht nochmal ins Golden Pocket. Und dann hoffentlich keinen Doppeltop reinkriegen, sondern wirklich Breakout und dann bis mindestens 21.500 US-Dollar. Das sind jetzt die Pläne. Klingt relativ bullish, trotzdem kurzfristig hakt es am Golden Pocket. Höheres Hoch wäre für mich ein Short-Signal, schließen wir drunter. Und dann geht es auch runter Richtung 17.400, 17.600 US-Dollar. Das sind jetzt die Zonen, die ich auf jeden Fall im Auge belassen würde, auch fürs Wochenende. Und ja, genau. Dann klicken wir rüber zu Ethereum. Auch hier, wie gesagt, der erste Trade, also beide Trades sind jetzt geschlossen, 1.153, wo wir aufgemacht haben. Wir können es das nochmal ganz kurz angucken. Prozentual ist zwar jetzt nicht ganz richtig, aber ich glaube, hier oben haben wir es zugemacht. 21,7 Prozent mit einem Dreierhebel waren es 60 bis 64, 65 Prozent, also top hier. Gut, und jetzt sind wir auch hier vom Golden Pocket, also auch hier vor Make-or-Break-Decision-Time ist es hier. 1.443 liegt das Golden Pocket, wir sind auf 1.437 gekommen. Ja, warten wir mal noch ab. Auch hier sehr, sehr viel Volumen, einfach sehen wir hier im 4-Stunden-Chart. Das wurde zwar auch schon teilweise abgegriffen, trotzdem die Chance, dass wir uns dieses nochmal holen, ist nicht verkehrt. Das heißt, hier oben Stop-Loss würde ich wahrscheinlich hier in die Region um 1.505 US-Dollar reinhauen. Und dann hoffen, dass wir hier nochmal runtergehen, zumindest in den Bereich der 1.280 rum. Das ist so momentan auch hier diese Make-or-Break-Decision, sollten wir hier bauen sehen, auf jeden Fall nochmal die 1.600 US-Dollar anlaufen. Aber auch hier haben wir den FTX-Break, der liegt bei 1.577 US-Dollar, sollten wir nicht unterschätzen. Deswegen würde ich momentan die Short-Position auch nicht zu groß hochskalieren. Kleiner Hebel, wenig Risk einfach setzen, weil das Risiko durch diesen FTX-Break einfach noch sehr, sehr hoch ist. Da oben liegt halt die meiste Liquidität, dadurch hat einfach nochmal dieser nächste Abverkauf angefangen und viele Shorter sind dann in den Markt gekommen. Sollten wir jetzt hier reingehen, hätten wir schon beim ersten Ineffizienz 4,66% Risk, gehen wir noch höher, sind wir schon bei 10. Und das Risiko, 10% gehe ich ungern ein. Auch mit einem Dreierhebel sind es 30% und das ist sehr, sehr viel. Normalerweise möchte ich meinen Risk um die 10% halten, deswegen würde ich hier erstmal davon abraten. Ich versuche hier noch ein richtiges Setup reinzukriegen, mit einem Golden Pocket zu arbeiten. Das ist hier echt schwer bei Ethereum, da tue ich mir bei Bitcoin sogar ein bisschen einfacher. Trotzdem müssen wir mal gucken, ob das hier so ein Spontantrade rein wird, dass ich reingehe und dann sofort das Signal reinposte. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen, aber momentan das Golden Pocket ist das erste Anlaufziel. Vielleicht shoppen wir auch nur das Golden Pocket, diesen kleinen Bereich hier, dann sind wir nur bei 2,27%. Aber da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Aber auch hier Rücksetzer, Traders Reality anmachen, sehen wir, okay, Vector Candles haben wir hier auf jeden Fall noch genug. Vor allem hier eben in dieser 1.270, 1.280 Region. Und das ist so die Zone, die würde ich gerne anlaufen. Einfach auch, um die ganze Woche wieder ein bisschen zu resetten und dann eben mit neuen Schwungen, sage ich mal, nach oben hin versuchen, durchzubrechen. Wir schauen nochmal, wo unsere Psy-Range liegt. Wenn es lädt, genau, auch hier bei den 1.270, 1.260. Also es würde schon sehr, sehr gut passen, einfach hier nochmal runterzukommen, die ganzen Logs der Woche zu killen und dann einen neuen Anlauf nach oben hin zu starten. Und gut, das war es dann zu Bitcoin und Deferium. Später kommt dann noch XRP-Chart-Analyse. Wir blicken noch ganz kurz auf die News, die ich noch nicht aktualisiert habe. Dann, El Salvador verabschiedet bahnbrechende Gesetzgebung für Bitcoin. El Salvador zieht weiterhin heftig durch. Meiner kaufen übrigens auch wieder, habe ich gestern ein Ding gesehen, hat irgendwann in die Gruppe gepostet. Also Meiner verkaufen nicht mehr, Meiner kaufen wieder, auch ein gutes Zeichen. Also die Newslage ändert sich so langsam, aber sicher wieder. Trotzdem würde ich noch nicht vom Ende vom Bärenmarkt sprechen. Ansonsten, wenn euch der Artikel interessiert, gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinscheuen. Jederzeit Infos, wenn ihr haben wollt. Ansonsten, auch die News werden hier sofort immer reingepostet. Ansonsten bei CryptoGuru vorbeischauen, dann war es das von mir. Später kommt auch XRP-Analyse. Und ja, dann hören wir uns später wieder. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns dann später. Bis dahin, ciao, ciao. Ach nee, Like da lassen, Abo da lassen. Und ja, bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.